Ich hab ein Käferherz, guck so wie Mufasa. Meine Stimme brett, hör so wie Mufasa. Ich bin der König der Löwenomi, Mufasa. Mufasa, ich bin Mufasa. King? Ja, Bro. Was geht's? Wir haben Hunger. Wir haben Hunger. Erste Mahlzeit? Ja, erste Mahlzeit des Tages. Mein Magen ist am Arsch. Was gibt's zu essen? Irgendwas schönes, hausgemachtes. Auf jeden Fall irgendwas türkisches. Eww. Danke, Bruder, danke. Ich krieg sein Herz. Killer, was geht? In Berlin kennt man dich, oder? King, Alter. Schmeckt's? Heute ein bisschen Horstmannskostags, oder? Heute echt so. Aber das Beste ist, wenn ich so... Lass es dir schmecken, Digga. Das geht ab. Wir sind wieder am Laufen. Meine Beine tun weh. Meine Reifen sind abgefahren. Ich mach hier Kilometer, die ich in meinem einen Jahr nicht mache. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh, feste. Hier, du sockstum. Fest, fest. Ich muss nicht auf. Was machst du denn? Was? Nein, ja. Wir warten darauf, dass der Hahn seine Muße kriegt, ey, und dann gleich los ist. King! Seine Muße. Seine Muße. Ich bin ganz neu, es ist einfach. Die Straße ist fertig, scheiß auf deine Pfeifer. Musst du das laut, ich will abgewichste Weiber. Keine Mung, kein Stopp, die Risikoleiter. Porti von Neukölln, trink um ein Abi. Janis, Janis, komm! Wir wussten ja nicht mal, dass du überhaupt da bist. Ey, Dota, find den Richtingsfaktor. Was geht, was geht, Alter? Was hat der gesagt? Den Richtingsstar. Ja, Mann. Was geht, was geht, Mann? Wir sind grad hier in Berlin, Digga. Wir haben heute krasse Sachen gedreht mit meinem Bruder King, für meinen Bruder King, mit dem besten Kameramann, ja, mit Prof, ja. Ihr wisst, was ich meine. Heute wird gesoffen, Digga. Heute wird Party gemacht. Wir sind auf jeden Fall startklar, ja. Und es wird gesoffen, es wird gechillt. Es wird einfach eskaliert, Digga. Für meinen Bruder King hier, mitten in Berlin. Pam! Wie mein Bruder gesagt hat, Motherfucker, checkt alles ab. Ist killer, geil. Es läuft. Wir sind gut dabei, wir arbeiten. Checkt's ab. King kann es am machen. Hey, Digga. Kannst du noch Red Bull mitbringen, bitte? Natürlich. Ich danke dir. Ja, wir haben jetzt noch eine Jägermeister hier, keine Ahnung, hol mal zwei Red Bull mit. Zwei Red Bull, was noch? Ja, ich weiß nicht, was sollen wir noch trinken? Warte. Sag, Digga, weil der macht um drei zu. Das ist jetzt die letzte Chance. F**k. Ja, wir wollen die Jolette auch drehen eigentlich. Ey, was sollen wir noch drehen? Haben wir noch ein bisschen am Rad gedreht. Ja gut, okay. So, die Wette beginnt, Leute. Das ist die Revanche wegen letztens. Kam wird heute auseinandergenommen beim Elfbetteschießen. Jetzt geht's los. Ja. 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 Klicks sind der Beweis, Kopf ist überwiegend breit, von dem Zeug, was mich befreit. Ich laufe im Club rum, alle Weiber sind verklemmt. Mein größtes Vorbild war immer schon nur Farid Berge und danach nur Summer Jam. Einzigartig Rapperland, wenn ich rolle mit den Bands, fick ich alle konsequent. Dieser Flow, den ich bringe, macht die Rapper tot. Meine Statue, sie ist anders, aber Karis kommen laut. Passende Bilder bei der Nacht in der Hobby Lounge. Nenn es eine heiße Phase, wenn ich trinke Kaffee-Ground. Man steigt in die Luft, Blick wie im Riesenjahr. Er hat mich zwar gestanden im ersten Block, aber im 11.30 schießen war ich klar besser. Was möchtest du sagen? Schade. War nicht mehr drin. Keine Worte mehr zu diesem Match. Und damit beende ich das Elfmetischießen. Furoshima hat gewonnen. Wir sehen uns zu meinem Boxkampf. Ey, was geht, was geht, ey. Wie viel haben wir keinen? Ey, uah. Wir erzählen jetzt unser Prof, wie man Baktabist. Bruder, siehst du das? Das ist der Prof, ja. So, Stöff. Musst du drehen. Ja. So. Nimmst du so, Bruder. Ja. Mach so mal. Der Kuh ist darin, dass das nicht an dein Gaum klebt. Dann nimmst du das. Take look mal. Was ist das? Jawohl, Alter. Oh, shit, Alter. Jawohl, Alter. Genau so, Alter. Valla, Jungs, ihr macht euch fertig, ha. Mikro Nummer eins. Lothar, das ist der Fall. Wah. Kass. Du hast sogar hier am Color World gespielt, sagst du, oder? Ja, Bruder. Egal wo wir sind. Egal wo, oder? Man vergisst nicht, wo man hat. Ja. Hier. Die zwei sind die Verlierer. Einer macht FaceTime. Dala ist da. Das sind wir, das sind die zwei, die haben verloren. Kalabalik. Was geht jetzt? Nix, Bro. Wie gehts? Was essen? Turtle Pizza? Mofuck, was geht ab, Ficker? Ich geb eine Acapella. Ich bleib bei einem kleinen Ficker. Ja. Was geht, was geht? Das ist schon mit meinem Bro Ahmed hier hinten. Ganz gechillt. Wir haben die VIP-Plätze. Die Letzten werden die Ersten sein. Wann habe ich einen Coldarm? Der steht mit der Brille, Digga. Ich muss ja auch mit so einem. Ich bin noch krank. Weißt du. Das steht mir gar nicht. Nee, Bro. Ich will aber machen die Dinge hoch. Ich will das auch sehen so. Was geht ab, jetzt sieht aus wie... Keine Ahnung was. Schein, klar. Passt schon. Alle null, alle null. Wir fahren jetzt unterwegs. Killer. Digga, ich hab so einen Paranoia mit dem dicken Kopf. Aber egal. Ich nehm mich bald der Rapper mit dem dicken Kopf. Der Rapper mit dem dicken Cock. Das könnt ihr auch passen. Den hab ich sowieso. Jetzt ist die Frage, wo der Prof weiß, dass King Khan einen dicken Cock hat. Da hat er sich dann auch ein Team kam. Die nicht dann war soviel. Das ist in der Köln-Könleusstraße. Ich bin in der Köln-Könleusstraße. Ich krieg mein Auge rein. Ich küsse dein Auge, oder? Ja, dankeschön, aber nicht die Camusole. Ich habe ein Sicherung als ein Witz. Was? Komm! Immer diese kleinen... Das ist mein Handy. Hallo, Mama. Wie sind wir? Der Besitzer von diesem Laden hat mich in Kreuzberg gesehen gehabt. Er ist mir hergekommen, wollte mich beim Bild machen. Ich habe gesagt, ich habe auch den Pizzaladen. Er kommt vorbei, gerne. Er ist jetzt eingeladen. Schmeckt auch richtig gut. Er hat nicht zu wenig versprochen. Respekt an ihn. Vielen Dank nochmal für die Einladung. Wir haben ihn heute gerne wahrgenommen. Wie heißt das nochmal hier? Cottbusser Damm 88 kommt vorbei. In Kreuzberg. Auf jeden Fall brutal. War lecker. Vor allem Pizza mit Pastrima. Hat uns alle überzeugt. Auf jeden Fall Kripo am Start. Was wollen wir denn machen hier? Wir sind einfach so in Berlin zu besuchen. Wir fahren hierher nur in Berlin zu besuchen. Nur so. Aber ihr habt ein falsches Auto für Rapper. Ne, ne, ne. Das ist Team Bus. Team Bus. Team Bus. Es geht nicht um Prahlerei. Fake? Geht nicht um Prahlerei. Jetzt zieht er die einfach ab oder was? Ne, ne. Gucken Sie mal. Woher das kommt? Nicht aus China. Ne, aus China. Aus Schweiz. Davon kommen Sie auch Fake? Da kann man gleich mal einziehen. Weil hier war ja niemand angeschnallt. Wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin immer noch angeschnallt. Wir haben uns abgeschnallt. Wie kommen Sie denn da drauf? Ich bin immer noch angeschnallt. Wir haben uns abgeschnallt. Ich höre auf alles. Solche Polizisten. Die haben meinen größten Respekt. Wenn es so lange solche Polizisten gibt. Braucht keiner ein Problem mit der Polizei zu haben. Allein das Herz ist gut. Das waren richtig gute Menschen. Ich bin immer noch mit dem Verbrennungen. Dann macht es uns gleich mit dem Ber Nikon. Das war also mit dem Kraft. Es ist eine neue Promotionskunde. Die haben die ganze Zeit gegeben. Das war jetzt schon immer noch. Wir haben die ganze Zeit schon krank. Das ist schwer. Ich habe die ganze Zeit schon krank. Und wie害 mich dann alles Glück. Döner-Fortifor essen auf Empfehlung von meinem Bruder Abdul, der Mann weiß, wo das beste Döner ist. Der Mann weiß, wo der beste Döner ist. Darf ich gut zu sagen? Das beste Döner. Der kleinste Döner ist der Deutschlands. Oder hilf mir mal gerade. Warum? Schnell mit Blattdrücken, absolut nicht. Guten Tag, was ist dein Resümee? Also mein Resümee war sehr schön, heute hat Bock gemacht. Wir waren wieder erfolgreich und gut gearbeitet. Morgen geht's weiter. Geh mal. Dicke Dreckpatte, ich bin wieder weg. Motherfucker für die Rappatte. Gib mir Mike, gib mir Jeans, gib mir das. Komme wieder weg, ich fick deinen Arsch, Diggi. Ich bin krass. Du Fotze, Tricks, Jägermeister, Dex, Besart. Ich bin da, Dicke, heute in Berlin, Waldschatz. Der Skull ist grad back, back. Wir bumsen dich, Diggi, dein Arsch, Hashtag. Kein Problem, jeder Tag richtig leicht. Ich bin da, du bist Bitch, ich bin nice. Zapp. Ich bin Krieg, Dicke, don't stop. Ich bin echt dein Mofuck. Es geht Dicke, oh, rock, oh, shuck. Zeig mir Rappers, die kommen alle rein. Wieder Rap mit dem Besten. Mike, copy, breaking, hype. Aber slide, aber komm wieder weg. Gib mir Mike. Mike. Ich bin bald, du Bitch. Zwei Heineken und ich ficke dich. Mache den Rap und ich bitte nicht. Ich ficke und komme, bin grade Bitch. Zeig mir den Mike, gib mir die Groupies. Ich bin back, Dicke, Dicke auf Suebeats. Das Rap on the white. Kreuz nach Berlin, Diggi weiß jetzt Bescheid. Brat, was grade passiert? Musst du leider Bitch nicht hier verstehen. Ich bin da, aber komme jetzt bald und ich ficke dich. Was hat jetzt heute im Stehen? Dann noch die Wagen und plus die Plantage. Scheiß auf dein Leben, ich hab keine Gnade. Schieß in dein Kopf und damit gegraben. Kopf ist gefickt, wo sind die Jahre? Entweder Millionen oder zehn Jahre. Pop, pop, pop. Alles gefickt alle, wir sind am kommen, Mann. Wir sind am kommen, Bruder. Wir sind am kommen, einfach nur abwarten. Einfach nur abwarten, Bruder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.